Boah, der Shizulo, was ist los mit dir? So, wir kommen zurück zu einer neuen Runde-League. Alter, warum sieht eigentlich Ash und Varus fast identisch aus? So mal, äh, Basti, was ist, äh, das sind wir eigentlich, Best Friends oder was? Nicht schwul? Ach so, ja, klar. Ach ja, mit dabei sind übrigens Maestro, Silas, Shizulo und Shantao ist auch mal wieder mit dabei. Und, äh, ich bin der Varus-Haupt, Alter, der Varus-Haupt. Guck dir das an. Alter, guck dir das einfach an, wie wir abgehen. Das stimmt. Silas zerstört das Bild, geht gut. Raus aus dem Bild. Ja, sehr gut. Alter, wow. Wolltest du mir grad deine Peitsche etwa, deine Kette ins Gesicht hauen? Ja. Schade, dass die nicht irgendwelche, äh, Cooperative-Emotes haben. Das wär jetzt sehr schön. Aber ich find, wir haben einen schönen Tanz. Dass sie sich küssen, genau. Ja, so wie du und Shizulo auf, äh, Gamescom. Ah, ja. Mit oder ohne Zunge? Mit. Die küssen sich immer mit Zunge, die kennen sich auch schon Jahre. Hallo? Das ist doch, die sind vertraut. Die sind einfach zu vertraut miteinander. Ey, sag mal, Shizulo, du hast ja jetzt Elise, ne? Gehst du eigentlich mit der ab, oder? AP? Oder ab? Oh Gott, ey, war der schlecht, Alter. Alter, ist der von der Elise so dicke Titten? Na, man, Shizulo, lass das doch mal, ey. Ich wollte gerade deine Titten begutachten. Ich glaub, der ist ja, oder? Du machst das sonst auch immer. Ne, ich wechsle einfach die Form. Ja, ich weiß ja nicht. Vielleicht hast du nur eine Tastatur. Hallo? Nice, danke für den Pull. Hast du wieder eine geile Botland, ne? Ich glaube, du kommst nur noch mit den Gängen, oder? Danke für den Pull, sagt er. Oh, ich hab einfach ein Set in der Mitte. Das ist ja ungünstig. Ich fiel dir nie mit Varus. Ich bin Varus-Haupt, Junge. Hab ich doch gerade schon gesagt. Wo war ich denn in Lee Sin heute im Stream? Oh Gott. Mein Lee Sin hab ich heute gezockt? Echt? Ne, hab ich gar nicht. Nee, er wollte Lee Sin spielen heute. Ja, gestern hatte ich Lee Sin gespielt. Alter, da stand ich 10, 5. Für meinen Lee Sin ist das schon quasi wie 20-0 auf anderen Champs. Ja, der Braum fehlt, Botlane. Oh, ne, kommt der Mitte? Das ist schon so ein Mitte-Ganker. Der war noch nie da, also ich bin da nicht direkt mitgekommen. Hey, hey, hey. Angst haben darf ich ja wohl trotzdem. Fehl. Nisch. Tja, der Set. Das kann ich doch vorbereitet auf meinen krassen Playstack. Playstyle. Wow, die Botlane, Alter. Ja. Das ist echt, ich wusste das. Der Basti, wenn der schon diesen Hartziger-Skin hat, der kann nur abgehen. Ja. Das hab ich direkt gewusst. Keine Ahnung. Das ist halt echt krass, der Typ. Shizu hat erst gelacht, aber naja. Jetzt hat er's ja gesehen. Komm schon. Oh. Devil Cloud, ey. Das ist auch so ein Name, ey. Das ist auch so was wie Silent Assassin. Aha. So, Level 4. Ich hieße dich auch mal. Alter. Ja, ich hieße immer D&G-Styler, Kevin. Das hat übelst gezogen bei den Frauen. Und auch bei Shizu. Bei Mimmi 1,3,7. Wow. Wow. Alter, du bist ja der übelste BM. Ach man, deine Gangs sind ja... Hast du dir grad einen Text genommen für den Scheißgang? Ja, der Jungle ist nicht vorhanden, irgendwie. Das ist leider, keine Ahnung. Ich glaube, der hat der Battlegrounds-Turnier auch echt ein... Da wurde der, glaube ich, nur gecarried. Oh Gott. Spür den Arrow der Vernichtung. Schieß zu, das ist ein Free Gang mit der, der hat nichts. Der hat keine Summoner. Ich bin auf dem Weg. Nice, Mann, Alter. Ja, der Shizu macht halt nichts. Das ist halt typisch. Und dann mich flamen, wenn ich sterbe, ne? Ja, ja, komm. Warte mal, du hast ja überhaupt keinen HP. Ja. Haha. Jetzt sehen wir mal, was ich noch nicht weiß. Verzeih, das machst du fertig, alleine. Ja. Hallo, was ist das? Mann. Also, das war ja auch wieder... Ja, warte, ich baite den nur. Baite zu den denn? Weil der hat jetzt keinen Schatten mehr. Jetzt kommt Shizu. Joko, wo ist? Alter, dieses Team. Ey, sag mal. Ey, das ist ja unnormal. Seid ihr nicht die beiden legendären Battle Runs-Gewinner? Ich glaub, ja, oder? Ich hab davon schon mal gehört, ey, aber ich dachte nicht, dass das war's. Wollen wir den Diven? Ne, ne, ich glaub, du verwechselst uns. Wollen wir den Diven? Sorry, wenn ich jetzt so ein bisschen Fanboy er. Diven, ja, da habt ihr keinen Supporter. Wow, ihr wollt den echt diven? Ihr seid ja richtig getreut. Hallo! Muss aber anfangen. Oh nein! Lol, viel! Ey, das stimmt noch. Lol. Alter, der Basti. Ne, da kannst du dich mal bedanken bei ihm, Alter. Aber richtig. Mit Zunge. Vielen Dank, Maestro. Maestro, der Name kommt halt nicht, naja, von ungefähr. Hat halt schon seinen Grund. Haben die auch keinen Toplaner oder was? Hat der nur keinen Board mehr? Doch, der ist grad, äh, base gegangen, glaub ich. Hm. Das ist ja sweet. Oh. Oh. Finde ich dumm? Ich finde halt immer, am Anfang dauern die Fässer immer so übelst eh, Leute, war der Kha'Zix gerade top? Ich glaube, der war top. Kha'Zix hat's noch keinmal gezeigt. Ich hatte den Top, glaub ich, gesehen, ne, Rocket oder so. Irgendwas kam da. Rocket. Team Rocket. Rocket League? Braum ist da. Alter, Braum ist da? Ja gut, Botlane lost. Ich glaube, Kha'Zix ist up. Oh, ich komme, schon Tau. Lauf. Lauf, ne? Kha'Zix auf 8T oder was? Wow, Alter. Kha'Zix hüben geht vielleicht. Ja, äh, äh. Ich geh dann auch mitgekillen. Ah. Ich komme hoch, Leute, seid ihr bereit? Oh, krasser Typ, ey. Da brauche ich ja gar nicht hochlaufen, das ist ja Vernichtung. Den auch noch? Na, ich denke. Das ist schon schmerzhaft, was ich da gerade abbekomme. War gut. Haben wir eigentlich ein Team? Sehr gut. Wo ist der Typ, der Kill? Wie die Tanks denn ohne Übedienung machen sie das? Ja, ich kann ja nicht in den Tower reinrennen. Ich kann ja nur drei Shots oder so tanken. Ja, das soll ich, wollte ich denn da tanken, kann ja rausführen. Hey, du bist doch rein repellt. Ja, du hast ja davor schon getankt. Ein Scheißdreck? Natürlich, du sagst du tankst, dann bin ich mit mir rein. Da flamet der Jungler mich, damit er gestorben ist, oder was? Dieser Jungler so toxic, ey. Du kriegst keinen Lantern, wenn ich jetzt von der Falle bin. Der Damage von Varus ist ja auf dem nächsten Level. Boah, das ist aber schade, Mann. Da wäre ich jetzt... Oh, nein, du warst. Ganz arg. Nice. Was? Nee, komm, gibst du mir den bitte, oder? Gibst du mir. Bitte. Mal gucken. Wenn du outsmite? Alter, ich habe 2-0. Komm. Ich bin ein Good Boy. Ich habe nicht gefiedelt den Set, ja? Was? Die holtest du irgendwen einfach? Dann kennen wir den. Guck mal, ich lasse jetzt sogar die Kleinen, weil ich ein richtig krasser Good Boy mit Lainer bin. Gut, ne? Okay, dann können wir den. Jetzt gibt man eigentlich den W oder den E als zweites Hoch bei Varus E, ne? Old. Ja, hier. Oh, unlucky. Ouch. Hä? Der Sieglas war schon an 6-Kids beteiligt von 7? Ja. Guck mal, ey, da merkt man bei dir, du bist echt Support Main, ey. Alter, der, 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 der Z, der outplayt mich. Oh, Ashitsudo. Release Main. Ähm, das waren die Fallen. Wo war eigentlich der Support? Weil es in Runen. Ja, der hat 2-Kids geholfen. Der liegt an den Runen, genau. Achso, okay. Da kann ich verstehen. What? Alter, der hatte doch gar keinen DC. Der Braum hat nur den DC. Warum flammt der mich denn dafür? Hat der gesagt, Täter, dass er sich geflammt hat? Ja, aber ich bin in der Mitte. Ja, und? Alter, ich fühl mich angesprochen. Der spricht, der spricht mir ins Gesicht. Noob Varus. Ja, ich, also. Was? Mein eigenes Team-Aid vielleicht nicht? Alter, Ashitsudo. Kann man eigentlich auch schon während des Games reporten? Oh, das sind ja den, die da sind. Hä? Oh, jawoll. Endlich mein Top-In-Presence. Ich bin nicht gewordet. Ich bin tot. Flash? Haben wir einen Mitleidner? Ja, mach mal. Hau rein. Oh, ja. Wieso Flash hier nicht? Was up? Ey, die können wir nicht, die können wir nicht. Relax your Pepperonis. Komm herf doch. Der Z ist so unentspannt, ey. Äh, wieso? Ist er aber eigentlich ein Z-Main? Wenn er ein Z-Main ist, lach ich. Aber es ist, glaube ich, kein Z-Main, so wie der spielt. Was ist denn? Nee, es ist kein Z-Main. Hätt mich auch gewundert. Matchmaking ist ja auch wieder richtig geil, ey. Wir spielen einfach mit einem Challenger, einem Master. Ach nee, äh, Diamond 1. Und, äh, andere rein mit Leuten. Gegen, oh, der Z ist Miss übrigens. Nee, der ist... Wo ist er hin, ey? Der Z... Was, Z ist Miss? Warte, ich kriege, ne? Ja, ich hab halt gepinkt, ne? Oh, der ist gepinkt. Das ist halt, äh... Ja, ja. Keine Ahnung. Das ist super schlecht, irgendwie. Ja. Hast du ja Eskalation an der Integration. Ah, davon halte ich ja gar nichts. Kappa. Puh, Alter. Bop. Wow. Das, äh... Ja. Ist schon ziemlich hart. Kada. Die kommt sogar auf die Mitte und schert mir die Minions. Das ist ja... Keine Ahnung. Also, kann man eigentlich auch einen Spieler zweimal honorn nach dem Game, oder geht das nicht? Ich glaube, der Silas hat sich einen Skin verdient nach dem Spiel. Ja. Alter, spüre meinen Speer, äh, meinen Speer, sag ich schon, meinen Pfeil der Vergeltung. Oh, Gott. Piercing Array. Moment, steht Solo. Wir machen... Oh, nee, nevermind. Niederlässt, Miss? Hier, hier, hier. Tryhards. Ich sag dir, die übelsten Tryhards, Alter. Ich sag dir, der Z, der rastet gleich richtig aus. Ich bin da nicht schuld, wenn der ausrastet. Wenn der hochgeht, ne? Dann bin ich nicht schuld. Der Top-Lehr meint du? Kommt, ist der Tor oder was? Wow. So, ich bin am Stüssel. Stüssel. Oh. Ich komm, ich baite. Schi-Solo, bist du hier? Ich mach Maximum BM. Ha. Ha, 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 ha. Dein Engel. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Kann man nicht, warum gibt's, äh, ich würde mich echt sehr über den Skinten freuen von Zed, wenn, immer wenn dieser Ult-Platz dann einfach ein Furz-Geräusch kommt. Alter, kein SS-Botlane. Was ist das denn? SS. Der ist da. Raum und S-Stüber bei mir. Seht ihr das da oben rechts? Warum pinkt ihr eigentlich nicht die SS-Rail-Ult, Mann? Was soll das, ey? Ihr seid so scheiße. Ist echt unglaublich. Ja, wir dachten, ich hätte Solo-Dodged das. Das ist eigentlich so ein guter Spieler, eigentlich. Ja. An einem grünen Tag, dort steht die. Na gut, der spielt halt Elise nicht so oft, ne? Hä, ist das irgendwie einfacher geworden, dass man die Fässer zerstören kann oder so? Weil... Naja, die, die, die Decay-Rate geht, äh, ab Level, äh, sieben und elf zurück. Ja, aber, ich krieg's irgendwie nie getimed, dass ich die Witz zerstöre. Naja, das geht auch nicht. Wenn der Gegner aufpasst, geht's nicht. Na. Hab ich eben auch versucht. Ist halt, ist halt leider behindert. Was soll das gegen Behinderte? Also, sehen die Gegner auch dieses Ding, was abläuft? Ja, sehen die auch. Ach, der möchtest du, was am Anfang halt nicht, ne? Hast du denkst, oder? Äh, doch, glaub schon, oder? Nee, ganz am Anfang halt Sempy Post kam nicht. Ja, aber es war halt... Ist halt übert... Also, ich fick dir gleich immer noch ultra-strong. Oh, man. Nice! 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 Wo ist denn der Zett? Den Turm nehmen? Live! Alter, wieso... Wissen dass ich hier bin? Die haben nen Map-Hack angemacht. Alter, es wird schon wieder mit der Ulti getroffen. Botlin, hallo? Mitte ist Mist übrigens. Mery Lantern! Ach, du bist ein... Nö. Nö, ich will echt lieber. Oh, da kommt ein Zett. Hallo! Also, ich hab noch keinen Lantern. Ups. Ist das schlecht? Dieser Keiß. Was hat der Keiß? Oh, der hat doch... Nein, ich schilde mich! Mach irgendwas! Habt nichts. Nein! Ah, eh nicht. Den gibst du, Alter. Komisch schon. Im Leben nicht. Lebe? Mein Gott, du schwingst aber deine Kette auch wie kein 2-3. Ja, Silas, ist ganz dezent nervig. Das ist schön. Ich mag dieses Geräusch, deiner aufgeladenen Peitsche. Wow. Wanted! Krasser Move, hast du das gesehen, Mann? Ich habe gerade einen Arrow geschossen und bin währenddessen auf deine Lantern gesprungen. Und schreibst du dabei Wanted? Ja, weil ich um die Ecken flieg. Wie ein Flummi. Stehst du nicht, ne? Wo kann ich dieses Zeug upgraden? Im Shop. Im Shop. Musst du oben Gangplank eingeben. Auf recommended. Du hast eh noch keine 500. Ich weiß, siehs auch gerade. Gut, dass du es mir nicht sagst. Arrow! Arrow! Uff, der krasse Flashplay. Awww. Hopp. Och, komm. Oh, hallo, Seth. Hallo, Seth. Oh, Mann. Alter, der Seth, der kotzt richtig ab, Alter. Der ist ja hier schon übelst im Rage. Der wird gleich ausrasten, wenn er das weiter so macht. Also, Varus ist schon echt ein cooler Champ, muss ich sagen. Der hat auch so übel langen Coolorn. Joppa! Joppa! Uff! Wie weit gibt's denn eigentlich, das Ding hier? Soweit nicht. Nur im Kreis. Ja. Oh, what? Die Kreise müssen aneinander anschließen, glaub ich. Okay, okay, okay. Gut. Ja, und das ist bestimmt nicht. Uh. Oh. Oh, hier. Hehehe. Nein. Nein. Lowlife Abuser. Der Abus ist ja einfach mein Lowlife, ey. Versteh's nicht. Using is fun. Wie tritt der schon die vierte S-Rule unter dem Spiel? What the fuck? Alter. Skript. Komm, einfach. Warum macht der die immer, hä? Ich versteh das nicht. Ja, der mag keine Piraten. Puh! Dabei sind Piraten doch voll cool. Ich mein, wir haben eine Augenklappe. Aber hat er, hat er überhaupt eine Augenklappe? Nee, oder? Bist du mal ran? Äh. Alter, warum hat er keine Augenklappe? Hat er ein Holzbein? Ja. Nee, hat er auch nicht. Oder? Doch, siehst du was nicht? Ja. Lol. Wow. Zwei Minuten bis Trakisch. Wir könnten einen Baron machen, Minute 20. Das wäre halt Ultra-Tryhard. Aber mein Gott, ne? Der Maestro, ne? Der sagt die ganze Zeit nix, ey. Der ist so hart konzentriert, ey. Der will uns hier zum Sieg führen, ey. Ich mach das schon. Mic muted. Ich bin nur müde. Och. Du bist Normade? Cute. Ist aber, ist aber cute von dir, dass du trotzdem mitspielst. Das ist echt... Ja, nur für dich. Lauf auf, Frank. Danke, Mann. Du bist echt süß. Das ist echt, äh, Zucker. Zucker bist du. Kein Salz, lieber Zucker. Nein. Jetzt hör mal dieses Geräusch. Huuuua. Seid ihr bereit? Huuuua. Nicht so schön bunten Pfeil, ne? Die ganze Zeit. Huuuua. Oh, hallo. Boah, wie schnell ich bin, ey. Sehr ekelhaft. Ach, und tschüss. Huuuua. Die Niederlein ist auch ein interessanten Bild. Oh ja. Meint wird interessant scheiße? Das hast du jetzt gesagt. Hihi. 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 Geh direkt. Geh direkt hot. Oh, der Flash war aber schön. Alter, der Maestro, der ist so krass drauf, ey. Das ist Wahnsinn. Das stimmt da. Da kam grad der Q durch. Junge, der Maestro ist heftig. Was soll ich dazu noch sagen? Das ist selbst erklärend, glaub ich, wenn man das sieht. Guck auf den Namen. Maestro, na. Ja, ich kann manchmal nicht so gut lesen. Aber ich hab halt, ich hab halt mir eine eigene Challenge in diesem Game gesetzt. Und zwar, dass ich immer so viele Tode habe, wie ich Kills und Assists habe. Das ist halt wichtig. Ja. Aua. Deswegen, solange ich das beibehalte, dann... War das Static so gelöst? Was? Nein, ich glaub nicht. Nimm mir das was raus. Wer löst Static aus? Deine Mutter. Jetzt geht das wieder los. Das geht zu, nur. Ist halt immer, wenn man keine Konter mehr hat... Deine Mutter. Bleibt man schon in der Grundschule. Deine Mutter. Ähm, Ezreal, Toplane. Wurde ja schon wieder nicht gepinkt, ey. Mann. Ich hab's noch mal gepinkt, als Erinnerung. Ah, danke, Team. Oh, Achtung. Toplane. Ezreal Smith. Oh, nice. Au. Hm. Oh. Ja, äh... Das könnte man jetzt, äh... Anlagen gehen. Jungler. Ja, der Jungler ist halt schön. Oh, nein. Haha. Was hast du verdient? Ezreal Smith? Alter. Hurt. My little man hat den Blubuff geklaut. Wow, danke dir. Ja. Ja. Dafür, dass Shizu nicht beim Drake war. Hab ich gedacht. Ich weiß gar nicht. Zählt das schon unter Abusen, wenn der Braun in uns reinläuft? Ja. Prediction? Äh... Ist tot. Ich glaube, wir werden alle gebannt. Oh, Alter. Oh, da muss ich runter tippen. Ja. Oh, wat? Gesundheit. Gesundheit. Warum ist Mitte? Hilfe? Tötet ihn! Wen? Ihn. Hä? Du kriegst keine Länder. Was ist Shed Revenge-Hitsudo, ey? Bist du blind? Bitte, gib mir eine Lanterne. Sonne, Mond und Sterne. Du hast mir alles reingekommen. Kommt, ey. Von jeder Seite. Keine Ahnung. Ich find das echt schade. Bukkake? Bukkake? Nein. Ne, ne, ne. Alter, der Zett, der will mein Anus. Du geh mal rein, ey. Kannst auch planen. Okay, mein. Hohohohoho. Wo? Ihr kloppt euch drauf. Hier kommt der Weihnachtsmann. Haha. Puh, alter, die... Varus Damage ist echt dezent stark. Ich hätte so gelacht, wenn er dich jetzt damit gekillt hätte. Varus, äh, Klassik ist, glaub ich, weg. Oh, hat sie den getroffen? Ne, den hat ich abgestoppt in meiner Oldie. No SS again, botlane. Sieht halt im Chat, ne? Mensch. Alter, der Maestro. Wow. Oh nein. Ich hätte vielleicht nicht den Pfeil in, in, in der Brom-Schild reinjagen sollen. Aber naja, mein Gott. Mein gönnt sich ja sonst nix. Ja, nur Scheiße. Oh, der Chizul ist immer so toxisch, ey. Was ist denn, keine Ahnung. Wohl meine sieben Kind für sieben Tote. Gönnt ihr doch mal, gönnt ihr doch mal gute Laune. Mh, Snickers? Snickers, ja. Ja. Ja gut, Klassik ist auch immer oben. Anlagig, ey. Ja. Ja. Spannst du, ey. Der Chizul ist immer so toxisch, ey. Wirklich. Die kleinsten sind immer die lautesten. Ey, ey, ey. Ich hab aber noch ein Schwein nachgeäfft. Tut mir leid. Du hast ein Schwein nachgeäfft? Hä, seit wann äffst du denn deiner Mom nach? Wow. Wow. Shots. Oh, das wird immer besser, ey, ja. Popcorn. Füße hoch. Seine Mutter kommt flach, oder was? Wow, ne. Die von Chizul kommt nie flach. Die ist nämlich dick. Wow. Hat er nicht gesagt, ey. Hui. Hui? Hui, hui. Chizul, wie findest du das, dass sein Vater sonst nicht redet? Oder über seine Mutter? Ohhohohoho. Ohhohohoho. Wow, alter. Jetzt wird's aber richtig geschmacklos, ey. Ich glaube, Chantau hat heute den geschmacklos Garance genannt. Ja. Oh. Oh, alter, wir haben so einen geilen Jungler, Song. Den schon gespielt. So weiter geht's. Oh, den holen wir. Den hol ich mir. Und... Zack! Aua 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 lol Ich hab nur leidern Oh nein Ja Ups Tschüss Shizulu Oh nein Oh nein Leid und da ankelen Wenn die Minions vorher ran pushen sollen man Mann Mensch Shizulu Was dir ey Die Minions sind wirklich spaßig ey Mann Toll würde ich mir nichts n bisschen schaden machen dann wäre der tot Ja Ja der ist etwa halt da ne Schade Unlucky Ja gut ja Na ist mein erstes gefasst Ja Ey die Carries äh Leben lang Du hast nicht gecrittet ne Mh War das ein Bug Oh Leute Ich komm ran Und zerficke Deine Mom Wow Also der war ja richtig schlecht Loll Und deine Mom im Bett Ohhhh Oh Oh lol Das kann man nicht also nicht machen Chain Jokes Alter Alter ich könnte theoretisch Kann ich schneller fliegen als mein Aero Ist halt überhaupt legit Oh Schizulu bitte Schizulu bitte Bitte Schizulu Danke man Es ist echt ein good boy Ich weiß manchmal flames du mich aber im inneren da liebst du mich Ich weiß es Ich helfe dir jetzt auch beim break Guck mal Cool oder Krass Ich dir helfe ne Ja Mal so smite man Und nicht wie in der Lässt du eigentlich hoch Ja oder So dreimal alles gefällig meintest du das Ja das lade ich hoch sicher Nein Wo ich übrigens ausgerastet bin Ja Ja sicher dann lade ich halt hoch ey Das war doch ein gutes game Abgesehen davon dass ich geraget hab wie ein Boy Aber naja mein Gott ne Jeder hat halt mal so'n Zolti Moment Äh Der Matze der kann's auch nicht lassen ey Ab einem gewissen Punkt alter Da platz mir einfach die Halsschlagader ey Und ich hatte Nee weder mehr Und zack ist die Und dann zack ist die Und dann zack ist die Und Des Todes Alter mein Damage ist der ja noch legit Ist der noch real Ne Einmal hin alles schon Wow wie viel Geld kriegst du dafür jetzt die Lass 200 Euro oder Mehr Alter Na gut so'n Der hat mir grad den Gronheim gestohlen mit der Ulti Was ist das denn Oh Patrick Na gut Wuh 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 Du wirst immer noch Schaden machen Patrick Oh das war ein Fehler Ja Patrick Nein Beric Oh Gott alter der macht mich one hit Ja War nix vom Set 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 Mh Ne ist wirklich so Der hat mir 0,72 Sekunden 1000 Damage gemacht Ja mit einem mit Ja nicht nur der Set Äh S4 hat mich ja auch getroffen Ich versteh gar nicht warum bin ich eigentlich nicht tanky Ist voll unlogisch Boah 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 Nein NeinNein Ein 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 Das ist der übelste Feeder. Oh, guck mal. Das war ein bisschen unlucky. Verstehe ich gar nicht. Elise hat gar nicht broken. Was sehen wir denn? Komm schon. Chanta Ö. Auf mich. Alter, was ist das denn? Torpedo oder was? Was zieht der da an? Der Seedler spielt echt ein gutes Spiel. Nein, ich meine Elise. Man hat ja kein Cooler. Oh Gott. Ja. Wenn du noch ein bisschen mehr versuchst, dann schaffst du es. Lol. Hä? Wieso kriegst du den Kill? Nein, nein, nein. Nein. Das doch nicht. Wie kommst du denn drauf? Ah, die Aura. Die Aura des Soles. Ups. Ich war die ganze Zeit gebutet. Klappach. Das ist mir noch nie passiert. Was, hab ich den nicht abgebrochen? Ja, den hättest du blocken müssen. Alter, wie viel Damage macht denn der Seedler. Holy Shit. Der sieht ja komplett durch. Der ist ja auch übelstens gefahnt, weil er mir alles weg genommen hat. Alter, die haben echt übel viel Farben. Alter, was war das denn? Ich glaub, der Shizudo ist kurz eingeschlagen. Guck mal, wie er selber lachen muss. Der Lauch. Du stehst halt mit Elise 7,8, ne? Der Shizudo ist mega schwer. Äh, äh, äh. Ja. Der Shizudo ist halt auch nicht Meter. Guck, der muss gar keinen Schaden. Ja. Ja, das ist also, keine Ahnung. Wenn ich mir den Shizudo aussuchen würde, dann würde ich sagen, der ist auf jeden Fall nicht bannwürdig. Mann, den hast du nicht noch gekillt? Alter, du bist ja super schlecht mit Elise. Also ehrlich. Mensch. Krieg ich den Seed? Auch der Seed hat ja nur 2 Milliarden Leben. Ich hab auch kein Ult. Ich spüre die Macht meines Pfeils. In deinem Anus. Oh, Toplane. Oh, Toplane. Oh, warte. Oh, Toplane, Alter. Da zünd' ich sogar den Ghost. Hier, Perrec. Oh, ja, komm. Alter, nicht wahr. Warte. Oh, Juice. Ah, fuck, Alter. Ah, den krieg ich, den krieg ich. Und den krieg ich auch. Und den. Oh. Hm. Die noch, die noch. Schade. Oh, hast du, was war das? BM oder mit? Hast du die Crux BM'd? Alter, was war denn das für ein Schlitz-Move? Da kommt die fucking Ezreal. Ernsthaft? Schon wieder? Ja. Der hat doch ein Script, der Typ, alter. Niemals. Holy Shit. Der Typ ist doch nicht legit. Ich glaub, der hat Baron gecheckt. Kann das sein? Machen die Baron? Ne, 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 ne. Noch nicht. Wir können doch nicht Baron machen. Auch vielleicht machen die auch Baron. Ja, ich glaub schon. Die machen den Baron. Machen die nicht. Ja, die machen den gar nicht. Falscher Tor. Aber das geht, das geht doch eigentlich. Das ist das andere, was auch noch hoch geht. Also, in der LCS ging das. Und ich bin dann gegen das. Ich glaube, dass die 20 Kilometer auseinander stehen. 20? Google Maps sagt, das sind... Ne. 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 Keine Ahnung. Irgendwie die Poken, die uns aber uns nicht verrochen. Das macht gar nichts. Ey, Mann, ey. Ey, Mann, ey. Oh, oh, da war's die. Was ist denn da? Komm ich an. Heilige Peperoni, Alter, macht der damage. Keine Worts mehr. Oh, der kommt hier rüber, glaube ich. Was haben wir eigentlich? Oh, der Schaden. Kappa. Ja. Ey, das ist Dornmail, oder? Ne. Puh. Oh. Hallo. Tja, hast du gedacht, ne? Hab ich mich geschickt hinter... hinter Vasallen platziert. Hab ich das gedacht. Ich muss zwar back. Ich muss mal einen Blu-Buff. Ich brauche mal einen Blu-Buff. Oh, Nidali. What? Ja gut, ich hab nicht gegrittet. Ein Lucky. Ich kümmere mal zum Blu. Oh, die macht einen Baron? Nein. Okay, ich komm. Komm zum Baron. Wolf. Ich will jetzt sehen, dass der Ash allerdings sealt. Oh, Leute. Hätte den auch getroffen. Ich wär wieder los. Hm. Oh, nice. Oh, nice. Lauf. Hm. Nice. Ich bin gestorben. Oh, ja. Oh, ja. Was tut ich mir denn jetzt noch? Ich glaub, ich hol mir noch einen Blade. Infinity Edge, mein ich. Ich hab keine Ahnung. Loll, der Set. Ich hätte so gelacht, wenn er in eine Box reingesprungen wär. Da hätt ich mich echt tot gelacht. Guck mal, die fienden ja sonst was. Neun Tode, Varus. Geht's doch? Ah, ah. Der kann sich gar nicht positionieren. Äh, fucking neun. Ich mein, acht wär, okay. Ja, acht wär, okay. Aber neun. Zwei, acht, sechs, alter. Neun Tode. Oh, Gott. Das ist jetzt schlecht, ey. Also, ich bin auch neutral. Ja, ja. Ich bin auch neutral. Nee, bist du nicht. Du bist, du hast gefeedert. Negativ. Negativ? Wow. Alter, irgendwie sind die ganz schön tankig. Alter, vor allem. Das ist wieder mal ein Zeichen dafür. Man kann echt mit Niederleer, glaub ich, mit jedem Bild gut sein, oder? Das hat irgendwie eine, äh, Possibilität. Guck mal, die ist doch nicht tankig. Wollte grad sagen, die ist doch nicht tankig, weil ich die zerschreddert hab mit meinem Kassen-OP-Damage. Das ist schon toll, der Plays, ne? Ja, ich hab keine Ahnung, wie man mit Gang-Blick. Hier, guck mal, guck dir die Ult an. Was ist das denn, Alter? Grypted? Schön abgeschnitten in den Laufwegen. Unglaublich, ich bin doch... Sieh das das, Herr Kallix? Ja, ja, hab ich. Nice. Haben wir nicht alle? Was? The fuck? The fuck, hab ich grade den Arrow in die falsche Richtung gehauen? Das hat keiner gesehen, Maestro. Sag nix. Ja, keine Ahnung, ey. Ich hab's auch nicht gesehen. Mensch, keine Ahnung. Also ich kann halt nicht alle töten, ne? Oh, ich spiel so kacke, ey. Alter, ich hab grad getrunken, Alter. Du Spasti, ey. Das ist der Mungu, ey. Oh, Gott. Ich glaub, der Zett, der spielt gerade ein Game seines Lebens, ey. Der strengt sich richtig an, ey. Der ist wie geranked. Promotion. Zum Master. Keine Ahnung. Also, ich weiß nicht. Wie man mit so einem Team halt gewinnen kann, ey. Das ist halt... Irgendwie ein bisschen schwierig. Ich glaub, die haben Gangbang genervt in der Zwischenzeit, oder? Weil... Naja, klar. Oder die haben einfach dich genervt. Kann auch sein. Ginnen, ne? Gut, Leute. Jetzt vergesst, ob es da auch rein. Das istRIST Abund passiert. Kann das nicht hieriband, muss ich rauskommen direkt.